Warum muss immer irgendjemand leiden? Die wissen, wie man mich verletzt, aber ich weiß, wie man sie ausbluten lässt. Die armen Tiere hier haben den höchsten Preis für unsere Freiheit entrichtet. Sie sind Helden und Patrioten. Wir werden ihre Opfer ehren, denn die Geschichte lehrt uns, dass jeder große Triumph mit einer Tragödie beginnt. Das stimmt. Es wird Zeit, mal etwas tiefer zu graben. Du fragst dich sicher, wo? In der alten Goldmine. Daher kriegt die Regierung das Geld für diese ganze Operation. Ja, du hast gedacht, sie wäre geschlossen, weil die Regierung das gesagt hat. Wer zum Teufel traut denn der Regierung? Ich sag's dir, das ist alles verbunden. Wir sitzen da auf dem Zehnfachen von Fort Knox. Wir werden dieses ganze globalisierte Reich ins Wanken bringen und Amerika dem Volk zurückgeben. Diese Dämonen sprechen doch immer von einem Kollaps. Geben wir ihn einen. Nimm diese Termitladungen. Das ist dasselbe Zeug, das Tower 7 zum Einsturz gebracht hat. Kleb sie an alles Gold, das du findest. Die Lügner müssen weg. Ab in den Dreck, Baby. Wuhu! Was denn? Wartest du auf mich? Teufel, ich geh in Ruhestand. Du hast doch alles gesehen. Die Scheiße wird mir zu viel. Ich trinke nur noch Wasser in Flaschen. Ich trinke nur noch Wasser in Flaschen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's 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 für heute.